Also, ihr habt ja heute eine Session gehalten. Wie war das denn so für euch? Und ist eure Fragestellung aufgegangen oder ist das in eine ganz andere Richtung gelaufen, als ihr eigentlich vorhattet? Also, das war ganz spannend. Vor allem war es interessant, so ein bisschen Feedback zu bekommen von Leuten, die nicht an der Uni sind, sondern die auch Erfahrung haben in Verlagen und so ungefähr wissen, wie man Modelle auch umsetzen kann, die in der Theorie vielleicht funktionieren, in der Praxis vielleicht nicht unbedingt für jeden geeignet sind. Aber in der Diskussion sind wir nachher auf etwas ganz anderes gekommen, was wir eigentlich gar nicht gedacht hatten. Das hat es aber nicht unbedingt weniger spannend gemacht, sondern wir haben ja dann auch gesehen, was die Leute wirklich interessiert, wenn man darüber spricht. Und das fand ich eigentlich, bin ich froh, dass wir das vorgestellt haben heute.